Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Video wo wir uns mal ein bisschen mit den neuen Verbesserungen in World of Warships beschäftigen wollen. Mit dem Update 001 wurden ja teilweise Verbesserungen ersetzt, bestehende Verbesserungen leicht verändert oder komplett neue Verbesserungen hinzugefügt. Ich möchte euch jetzt effektiv so drei, vier Verbesserungen vorstellen, die ich für besonders effizient halte. Alle anderen Verbesserungen sind eher so, ja, la la, ich persönlich finde die nicht so gut oder finde die nicht so effizient und darüber nachzudenken, die wirklich einzubauen. Ich möchte euch hier an der Shimakaze oder auch repräsentativ für andere Torpedo-Zerstörer so ein bisschen zwei Module zeigen. Und zum einen, einen der besten Module, die jetzt ins Spiel gekommen sind, ist hier eben der Maschinenraumschutz. Ja, der verbindet nämlich jetzt die beiden ehemaligen Module Antriebsmodifikation und Steuergetriebemodifikation 1, die ja damals die Ausfallwahrscheinlichkeit nach unten gebracht haben, aber immer nur für eins der beiden Dinge. Jetzt gibt es den Maschinenraumschutz und der bringt sich halt für beide Sachen die Ausfallwahrscheinlichkeit nach unten und die Reparaturzeit wird auch verkürzt, wenn sie dann doch ausfallen sollten. In dem dritten Slot gibt es jetzt endlich was für Torpedo-Zerstörer. Denn vorher hat man hier die Zielsystem-Modifikation eingebaut und hat damit eigentlich nur den Bonus auf die Torpedo-Werfer mitgenommen. Und diese Streuung der Hauptbatteriegranaten, das war einem eigentlich als Torpedo-Zerstörer ja eher so sekundär oder nur mal im Hinterkopf für den Fall, dass man die ganz mal braucht im Late-Game oder so eine Sachen. Aber jetzt haben wir was, was den Torpedo-Zerstörer deutlich verbessert. Und zwar einmal gibt es hier einen Bonus auf 5% mehr Höchstgeschwindigkeit bei den Torpedos. Basis dafür ist immer der Basiswert der Torpedos, also ungeskillt. Torpedobeschleunigung zählt da nicht mit rein, sondern wenn der Torpedo halt 65 Knoten hat, werden darauf die 5% berechnet und nicht schon auf den verbesserten Wert. Dann wird die Torpedowerfer-Drehgeschwindigkeit um 20% erhöht, also so wie auch die Zielsystem-Modifikation das eigentlich tut. Und dann kommt es noch einen ganz wichtigen Wert, nämlich den Risiko des Ausfalls des Torpedowerfers wird um 40% gesenkt. Und das ist ja gerade auch in Kombination mit den hohen Tierstufen nachher, wo man in Slot 6, nämlich die Torpedowerfer-Modifikation 2, einbauen kann. Das ist jetzt kein neues Modul, sondern ein Bestandsmodul, was auch schon vorher existierte. Eben, ja, nochmal eine ganze Ecke geiler, weil man das Risiko da ja erhöht. Da gibt es ja auch eine negative Eigenschaft und die Ladeszeit verringert bekommt. Aber wenn man die beiden Sachen gegeneinander rechnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt nur 10% höher. Dann sollte man ja bei diesen DDs hier auch immer noch präventive Maßnahmen mindestens im Hinterkopf mal gehabt haben. Und dann würde man das ja eben komplett ausmerzen können. Eine weitere Sache ist zum Beispiel das verbesserte defensive Flakfeuer. Da gab es in der Vergangenheit schon diese verbesserten Modifikationen. Eins, die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials wird um 20% verlängert. Das war vorher schon der Stand. Jetzt bekommt man eben die Ladezeit des Verbrauchsmaterials um 10% verkürzt. Bringt uns hier in die Situation, dass wir das Verbrauchsmaterial eben 48 Sekunden lang benutzen können und nur 68,4 Sekunden lang brauchen, um es wieder benutzen zu können. Das ist gerade auf speziellen DDs wie der Friesland oder eben auch speziell auf der Sandara eine durchaus interessante Kombination, weil die Sandara ja auch defensiv mit Flakfeuer hat. Das ist jetzt nur mal der Vollständigkeit halber. Das mal so ein bisschen geiles Modul, aber gehört einfach dazu. Und teilweise wird es ja ganz gerne von euch so eingesetzt. Als nächstes kommen wir zu einem Modul, was glaube ich ganz gut unterschätzt wird. In der Vergangenheit haben wir das so gut wie nie geskilt, weil es immer eine nervige Geschichte gab. Und das ist eben hier Hauptbatteriemodifikation 2. Ich will euch stellvertretend dazu mal die Montana hier in den Hafen stellen. Warum ist das jetzt hier gerade bei amerikanischen Schlachtschiffen oder hier der Montana eben so ein tolles Modul? Er profitiert von diesem Modul in Zukunft eigentlich jedes Schiff, was die Zielgenauigkeit, also weniger Streuung, nicht in Slot 3 hat. Also zum Beispiel die amerikanischen Schlachtschiffe ab der Tierstufe 9, weil wir die Streuung der Hauptbatteriegranaten um 11% im Minimieren in Slot 6 und nicht in Slot 3. Und damit sind wir bei Slot 3 nämlich frei, was wir da einbauen. Und ich persönlich habe hier mal die Hauptbatteriemodifikation 2 eingebaut und damit erhöht sich die Drehgeschwindigkeit der Türme um 15%. Das heißt, nun mal so als Vergleichswert, wenn eure Türme 30 Sekunden brauchen für die 180 Grad Kehre, sind sie mit dieser Skillung 4,5 Sekunden schneller. Und das ist aller Bonheur. Und dazu kann man ja dann noch den Elite-Schützen skillen, der dann nochmal einige Sekunden abknabbert. Gerade bei der Montana oder auch bei der Missouri zum Beispiel oder allgemein Iowa-Klasse ist eben der große Vorteil, dass ihr dann aktiv manövrieren könnt und eure Türme trotzdem im Ziel halten könnt, weil die Turmdrehgeschwindigkeit dann so dermaßen hoch ist, ja, dass ihr nie mehr diese großen Probleme haben werdet, dass ihr lange auf die Turmdrehzeit warten müsst. Wir drehen jetzt hier die Turmdrehgeschwindigkeit nach unten und zwar auf gesamt 32,1 Sekunden. Das ist für ein Schlachtschiff ein richtig guter Wert und wer die Schlachtkraft der Montana kennt, der weiß, dass da, ja, jetzt das ganz gut knallen kann beim Gegner. Und ich habe ja hier auch das legendäre System drin, das legendäre Modul und bringe dann auch die Ruderstellzeit auf 12,4 Sekunden und selbst da kann ich mit diesem Modul, ja, was ich vorne eingebaut habe, die Türme immer noch im Ziel halten, obwohl ich aktiv manövriere. Ja, das ist wirklich eine ganz große, ja, besondere Sache, wie ich persönlich finde, weil wir einfach nicht mehr diese Sache haben, dass die Nachleihzeit um 5 Prozent verlangsamt wird. Das war nämlich früher der Fall. Das ist eben jetzt hier weggefallen, deswegen gerade bei amerikanischen Schiffen solltet ihr mal drüber nachdenken. Bei Schiffen, die natürlich sekundär geskillt sind, müssen wir in diesem dritten Slot ja sowieso die sekundär Batteriemodifikation einbauen und dann fällt dieser Vorteil in Anführungsstrichen weg. Muss man dann eben abwägen, wie man seine Schiffe dann so aufbaut. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren Modul, was ich unbedingt erwähnen möchte und das ist das Schiffsverbrauchsmaterial Modifikation 1 Modul. Die ganzen Sachen, also alle Verbrauchsmaterialien, die ihr auf dem Schiff habt, um 10 Prozent verlängert. Das kann besonders interessant sein, meiner Meinung nach, auf Schiffen, die sowieso weit vorne an der Front stehen. Also sowas wie großer Kurfürst oder sowas wie Kreml. Zumindestens rein von den Werten her sind diese Schiffe ja eher weit vorne angesiedelt. Kreml aufgrund der Streuung und der Kurfürst aufgrund der Sekundär. Beide sind sehr, sehr stark gepanzert. Wahrscheinlich die stärkst gepanzertsten Schiffe im Spiel. Und ja, da kann man eben diese Verbrauchsmaterialien super gut benutzen, wenn man auf die Tarnung verzichten kann, weil die Schiffe eben weit vorne stehen müssen oder sollten. Und durch die Verlängerung der Verbrauchsmaterialien wird dann zum Beispiel bei der Reparaturmannschaft eine ganze Ecke mehr Trefferpunkte wiederhergestellt, weil 2,8 Sekunden pro Zyklus läuft die Reparaturmannschaft beim Kurfürsten zum Beispiel länger. Das sind 1817 Trefferpunkte, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Das macht also total, wenn man alle vier Verbrauchsmaterialien, die ich hier auf meinem Kurfürsten habe, nutze knapp 7268 Trefferpunkte aus, die der Kurfürst so mehr wiederherstellen kann. Außerdem läuft die Hydroakustik länger und das Schadensbegrenzungsteam läuft auch länger. Also zum Beispiel, wenn ihr Torpedoangriffe bekommt, dann habt ihr immer noch dieses Flutungsrisiko, was da halt mitschwimmt. Und wenn das Schadensbegrenzungsteam zu dem Zeitpunkt noch aktiv ist, könnt ihr ja nicht wieder geflutet werden. Also eine Sachen würden dann da eine Rolle spielen. Deswegen würde ich das noch mit in die Verbrauchsmaterialien nehmen, die ich für sehr gelungen halte. Weil einfach auch nochmal eine andere Möglichkeit bietet, das Schiff zu bauen und nicht immer nur automatisch auf Tarnung, sage ich jetzt einfach mal. Alle anderen Module, die ich jetzt nicht so erwähnt habe, halte ich eigentlich nicht für besonders. Ganz schlimm finde ich persönlich eigentlich die Module für den Flugzeugträger hier auf Slot 3, die finde ich am wenigsten effizient. Flugzeug-Torpedo-Modifikation 1, die bringt 5% mehr Geschwindigkeit. Jetzt wollen wir uns das mal vor Augen führen. So ein normaler Flugzeug-Torpedo schwimmt 35 Knoten. Ja, ihr macht da den Slot 3 dicht mit so einem Modul und dann schwimmt der Torpedo, jetzt haltet euch fest, 1,75 Knoten schneller. Und ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, wo das wirklich effizient ist. Ja, kann sein, dass in ganz großen Ausnahmesituationen das Schiff dann noch am Arsch trifft, wenn ihr die Torpedos mal falsch abgesetzt habt. Aber ganz ehrlich, wenn man ein bisschen übt, dann braucht man diese anderthalb Knoten da jetzt eben nicht unbedingt. Und es macht durchaus mehr Sinn, hier die Torpedobomber-Modifikation weiterhin drin zu lassen, als Beispiel jetzt. Und genauso ist es bei den Verbrauchsmaterialien für die Flugzeuge, wo dann eben die Kühlung länger funktioniert oder eben der Patrouillenflieger dann 30 Sekunden länger rumschwebt, nämlich also am Ende 50% länger. Aber das Entscheidende ist eigentlich nicht, was man dafür bekommt, sondern das, was man dafür aufgeben muss, nämlich zum Beispiel den Tarnungsmeister oder der Tarnsystem. Eure Schiffe sind dann, also euer Schiff ist 10% weiter sichtbar, eure Flugzeuge 10% weiter sichtbar. Das heißt, eure Gegner können sich schon viel früher auf euch vorbereiten. Und die Streuung der Gegnergranaten, die ist halt auch nicht mehr besser für euch, sondern schlechter für euch. Ja, auch wenn ein Flugzeugträger in der Regel ja nicht entdeckt werden sollte oder hinter Inseln ist oder wie auch immer. Aber ihr wisst, was ich meine, ihr geht ja dann auch noch weiter auf. Das ist ja eben das große Problem. Deswegen finde ich die Verbrauchsmaterial bzw. die Verbesserung eigentlich für ein Popo, um es mal so auszudrücken. Zum Wooster-Modul kann ich nicht so viel sagen. Ich habe die Wooster nicht. Da wird das Radar eben 20% länger laufen. Ist ganz klar, weil die anderen Schiffe eben in Slot 5 dieses Schiffsverbrauchsmaterial bekommen haben. Weil 10% länger läuft, darum muss das ausgeglichen werden. Ja, und das ist es dann eigentlich schon fast wieder. Wir haben weiterhin auch die Hilfsbewaffnungsmodifikation 2, die die Flak verbessert und gleichzeitig die Sekundär. Das ist vielleicht nochmal ein netter Synergie-Effekt. Ist aber jetzt auch... Also ich benutze die Sache nicht auf so vielen Schiffen. Selbst auf dem Kurfluss, der Sekundär geskillt ist, habe ich nicht. Eben hier der Sekundärmodul Modifikation 3 oder was das war. Oder 2, genau. Habe ich damals auch nicht benutzt. Also von daher werde ich es jetzt darauf auch nicht nutzen. Torpedo-Suchsystem finde ich leider auch nicht so gut gelungen mit 1,8 Kilometer. Weil es halt nur an ganz speziellen Momenten wirkt. Nämlich dann, wenn ihr gegen panasiatische Torpedos kämpft oder eben Tiefwassertorpedos kämpfen müsst. Da wirkt es am meisten, da sieht er die Torpedos dann bis zu 1 Kilometer früher. Bei anderen DDs, Deering oder eben Z52 sind es 300 oder 400 Meter, die er die Torpedos früher seht. Wird euch nicht so super viel nützen, voraussichtlich. Mag Ausnahmen geben, ich kann mich ja nicht mit allen Schiffen gleichzeitig beschäftigen. Aber das ist der Stand, den ich jetzt zu diesen Modulen habe. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Hat euch vielleicht auch nochmal die eine oder andere Idee gebracht, was ihr vielleicht mal ausprobieren könnt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Modulen haltet. Oder ob ihr die Meinung teilt oder sogar eine andere habt. Gerne konstruktiv unter dieses Video. Sonst dann, Daumen nach oben erlassen, abonnieren, Glocke drücken. Und dann sehen wir uns demnächst schon wieder im nächsten Video, im nächsten Livestream. Und dann war es das schon. Schöne Grüße vom Seacross-Team und von mir bis zum nächsten Video.